Reutlinger Polizeibeamte waren gestern einmal mehr im Auftrag der Sicherheit unterwegs. Am Tag des Einbruchsschutzes hatten sie sich zur Aufgabe gemacht, Bürger der Achalmstadt auf Unvorsichtigkeiten, wie beispielsweise gekippte Fenster hinzuweisen. Denn oftmals sind das die unausgesprochenen Einladungen, die Einbrecher, besonders in der dunklen Jahreszeit, nur allzu gerne annehmen. Im persönlichen Gespräch sensibilisierten die Beamten die Bevölkerung, wiesen auf Schwachstellen hin und gaben Tipps und Ratschläge zur Prävention.